Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hello, willkommen zu der ersten Mittel-Show vom Tag auf dem höchstgelegenen Wetterstudio der Schweiz. Heute unterhalte ich mich mit dem Wetter. Wer bin ich? Der russische Winski. In den wichtigsten Sendegebieten der Schweiz herrschen winterliche Temperaturen, und zwar die extremsten Minusgrade, die ich je erfunden habe. Im Verlauf des Tages werden unglaublich aggressive Biesen, ausgelöst vom Verleger Peter Wanner, das Wetter in der Schweiz auf undemokratische Art und Weise bestimmen. Und das, obwohl das Wetter im Sommer vor einem Jahr noch Folgendes gesagt hat. Ein Hochdruckgebiet sorgt für eine anhaltende Hitzewelle in der Schweiz. Interessant, dass die damalige Aussage vom Wetter heute scheinbar nichts mehr gilt. Und was sagt das Wetter heute dazu? Okay, who cares? Ich stelle die Fragen und die Antworten gebe ich auch. Die Messung der Temperaturen ist ebenso ungenau wie die Messung der Radiohörer. Für die nächsten Tage sage ich voraus, no sunshine. Im Gegenteil, der Wintersturm Andreas wird unser Land in die Schockstabe versetzen. Der hektische Argumentationsdruck wird auf 120 Hektopascal ansteigen und erst die nächste Woche von einem Quotehöch über den Wiss-Kaia abgelöst. Das war meine Idee. Das nächste Meteo heute in einem Tag. Gut, dunabie!